Die Grünen. Ein Parteitag ruft, haltet den Dieb. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Alle Parteien der Bundesregierung tragen den aktuellen für die Bürger destruktiven Kurs mit. Aber innerhalb der Ampelkoalition erscheinen die Grünen als besonders problematische Antreiber. Auch bleibt von den Grünen Phrasen bei näherer Betrachtung nichts übrig. Ja, nicht mal beim Klimaschutz. Den kriegerischen und in der Folge auch unsozialen Charakter ihrer Politik haben die Grünen am Wochenende einmal mehr versucht, hinter einer bizarren Ego-Show viel Gefühl und einer demonstrativen Flucht nach vorn verschwinden zu lassen. Händeringend werden dann multiple Krisen beklagt, die man selber forciert hat. Auch beim Parteitag der Grünen am Wochenende dominierte wieder ein für die gesamte Bundesregierung zentrales Motiv. Das leidenschaftliche Beklagen von Miseren, zu deren Zuspitzung man selbst erheblich beigetragen hat. Um von der eigenen Miturheberschaft abzulenken, werden die teils selbstgemachten Probleme umso lauter thematisiert. Ein klarer Fall des Vorgehens, haltet den Dieb. Unsere Ideologie heißt Wirklichkeit. Beispielhaft für diese Haltung, die nur möglich ist durch eine freundliche Unterstützung durch viele Journalisten, stehen aktuelle Äußerungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Auch Thomas Röper gibt in einem verlinkten Artikel folgende Zitate von Habeck wieder. In der Rede behauptet Habeck auch, Unsere Ideologie heißt Wirklichkeit. Viele Äußerungen vom Parteitag stehen für sich. Man muss sie gar nicht kommentieren. Etwa, wenn die auf dem Parteitag bestätigte Parteivorsitzende Ricarda Lang erklärt, wir machen Politik, um das Leben zu verbessern, sowie aus Liebe zu Menschen. Oder wenn der ebenfalls bestätigte Parteivorsitzende Omid Noripour sagt, keine politische Kraft hätte das Land so verbessert wie die Grünen. Dazu, dass auch die anderen Parteien der Ampelkoalition scharfe Kritik treffen sollte, haben wir kürzlich im Artikel die furchtbaren Prioritäten der Regierung geschrieben. Dass die Grünen ja nur als die intensivsten Treiber einer Politik, der Militarisierung und der Russlandfeindschaft zu identifizieren sind, die nicht nur außenpolitisch, sondern eben auch sozialpolitisch schlimme Folgen haben kann. Verantwortlich sind aber selbstverständlich alle Parteien der Bundesregierung. Die Kritik sollte auch sie treffen. So sei die FDP, was die Wirtschafts- und Kriegspolitik angeht, ideologisch fast auf Augenhöhe mit den Grünen. Bei der kühlen Inkaufnahme der sozialen Folgen würde sie vielleicht noch weitergehen. Dass Sozialdemokraten dem, wenn überhaupt, außer einem stets vorübergehenden Zaudern kaum etwas entgegensetzen, macht einerseits fassungslos, könne andererseits aber nicht mehr überraschen. Dass auch auf dem Parteitag zu beobachtende grüne Phänomen, dass hinter emotionalen Inszenierungen eine eiskalte Politik weich gezeichnet wird, von Waffenlieferungen über Wirtschaftssanktionen bis zur Kriegsverlängerung haben wir gerade im Artikel mit dem Titel Baerbock, die Queen of Kitsch und ihre Freunde in den Medien beschrieben. Dort wird auch betont, dass die Rede von angeblichen politischen Fehlern der Grünen teils in die Irre führt, weil einige Ergebnisse der Antidiplomatie Baerbocks, etwa eine fortgesetzte Feindschaft gegenüber Russland, mutmaßlich genau so gewollt sind, um US-Interessen zu gefallen. Bezüglich der Debatte um die Asylpolitik beim Grünen-Parteitag muss einmal mehr betont werden, dass auch die Grünen-Phrasen zur sogenannten menschlichen Flüchtlingspolitik eine einzige Heuchelei darstellen, wenn die Partei gleichzeitig für Waffenlieferungen und gegen Waffenruhen eintritt und dadurch die Entstehung der nächsten Flüchtlingsbewegungen voraussehbar unterstützt. Dass der Mythos einer sogenannten humanitären Flüchtlingspolitik der Grünen unhaltbar ist, haben wir im Artikel beschrieben mit dem Titel »Grüne und Migration. Wer Waffenruhen sabotiert, sollte von humanitärer Flüchtlingspolitik schweigen.« Soziale Kürzungen – Militärische Aufrüstung Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Schattenhaushalten wirbelt die Koalition durcheinander. Viele wichtige soziale Ausgaben stehen auf dem Prüfstand. Nur eines scheint bombensicher – die Kriegstreiberei. So hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann laut Tagesschau betont, dass das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro weiter vorhanden bleibe, da es im Grundgesetz verankert sei. Ob es da ein Zufall ist, dass das Motto des Grünen Parteitages »Machen, was zählt« dem Slogan der Bundeswehr »Mach, was wirklich zählt« sehr ähnelt? Wie bedenklich das Soziale und die Aufrüstung nun noch mehr gegeneinander aufgerechnet werden könnten, hat der Tagesspiegel bereits vor einigen Tagen beschrieben. Geändert wird nun auch, dass Eltern nur noch einen Monat parallel Elterngeld beziehen können. Mindestens einer der Partnermonate muss allein genommen werden. Das muss zudem innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes passieren. Im Kontrast dazu heißt es weiter, In der Vorlage für die Ausschusssitzung wurde die Militärhilfe für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt. Hier werden sie wieder deutlich. Die furchtbaren Prioritäten der Regierung, die wir in einem Beitrag folgendermaßen beschrieben haben. Wirtschaftskrieg ist wichtiger. Diese Botschaft sendet der aktuelle Umgang mit der Kindergrundsicherung. Vor dem Hintergrund explodierender Ausgaben für die grüne Militarisierung und für die Fortsetzung wirkungsloser Sanktionen ist die geplante Ausstattung für die Kinder ein sozialpolitischer Skandal. Vollzogen auch mithilfe von Sozialdemokraten. Zitat Ende. Auch beim Klima, dem wohl zentralsten Thema der Grünen, mit dem oft die Kriegstreiberei überstrahlt wird, stößt man schnell auf starke Widersprüche. Wer durch eine verantwortungslose und anscheinend vor allem US-Interessen fördernde Sanktionspolitik die Versorgung mit russischem Gas torpediert, obwohl die Russen noch immer für Verhandlungen offen wären, der sollte von Klimaschutz schweigen. Denn eine der Folgen dieser Politik ist die schädliche teilweise Umstellung auf Frackinggas. Wer außerdem wie die Grünen an vielen Stellen gegen Waffen ruhen und für Eskalation eintritt, der sollte vom Klimaschutz schweigen, denn Kriegstreiber sind Klimakiller. Dass grüne Politik nicht links ist und dass darum auch der Begriff linksgrün in die Irre führt, haben wir bereits bei den Nachdenkseiten beschrieben. Dass die Grünen als die treibende Partei des Militarismus und des Wirtschaftskrieges immer noch viel zu viele Wähler anlocken können, haben wir auch thematisiert. Dass sich der grüne Erfolg auch dadurch erklärt, dass die Grünen gute Verkäufer einer schlechten Sache sind, haben wir auch aufgegriffen. Ein Bericht vom letzten Parteitag der Grünen findet sich unter dem Titel Die Grünen und ihr Tanz auf dem Vulkan. Das folgende Zitat ist immer noch gültig. Bombenstimmung herrschte beim Parteitag der Grünen. Man könnte sogar sagen Atombombenstimmung. Gerade mit ein bisschen Distanz zum Ereignis verstärkt sich der Eindruck, hier tanzt eine von sich selber besoffene Gruppe mit unfassbarer Leichtfertigkeit und begleitet von bombastischer PR in Richtung Untergang. Und nimmt uns alle mit. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und wenn Sie noch zu, dann einfach an die Hallo und dann abgeben, wir wünschen sich das auch bei uns abgeben, Wichtig sind, dass sie sich mit unseren ennachrichten und von uns abgeben, Und wenn Sie aber auch bei uns abgeben, dann Bedeutung uns abgeben. Wir wünschen uns abgeben, Vielen Dank.